Willkommen bei der ersten Folge des neuen Jahres von Bourbon News Deutschland. Ich bin Kai von The Bourbon Diaries und an meiner Seite ist Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ja, Januar-Folge. Wir haben ja im Dezember bereits gesagt, dass im Januar wahrscheinlich einiges an Neuerscheinungen auf uns zukommen wird. Hat sich ein wenig bewahrheitet, oder Jason? Ja, ein paar Sachen habe es tatsächlich geschafft, seit praktisch der erste Januar 2022 entfällt. Im Grunde heißt es dann Three-Year Suspension, also der Strafsohl wurde für drei Jahren jetzt hier ausgesetzt. Das gibt die Regierungen, Vereinigten Staaten, Europa ein bisschen Zeit, denn diese Aluminium in diesen Stahl-Tarif-Streit einfach ein bisschen auseinander zu pflücken und das anders zu lösen, als unser lieber, lieber Produkt Bourbon hier zu beschärfen. Und das freut mich. Und ein paar Sachen habe es geschafft. Was ich besonders toll fand, war der Elijah Craig Barrel Proof, zwölf Jahre. Der Badge C921 hat es genau eben, praktisch hier Anfang Januar, nach Deutschland geschafft. Also C ist immer wieder der dritte Abfüllung, ABC. Neu heißt im Monat September, 21 heißt denn dort das Jahr, also am 9. September, 21, der dritte Elijah Craig Abfüllung kriegen wir in Deutschland 60,1 Prozent und dann tatsächlich für irgendwo zwischen 65 und 64, 74 Euro zu haben. Cool, oder? Auf jeden Fall. Ich habe ihn auch schon probiert. Du auch? Nein, gekauft und geteilt, aber mein Video fällt noch vielleicht kommende Woche, vielleicht die Woche danach. Okay. Ja, ich finde ihn sehr schön. 60,1 Prozent für Elijah Craig Barrel Proof ja tatsächlich eher Low Proof. Also ist glaube ich das zweit niedrigste Alkoholgehalt jemals bei denen. Trinkt sich sehr mild tatsächlich. Ich würde ihn blind auf weniger schätzen als das, aber trotzdem natürlich sehr voll und kräftig. Und die Geschmacksnoten erinnern mich an den alten Elijah Craig 12 mit 47 Prozent. Also die, die Geschmacksnoten selbst. Wenn man hier noch ein bisschen Wasser hinzugibt, kann man den, glaube ich, gut reproduzieren. Super, da freue ich mich sehr da drauf. Ich finde es sowieso, man kann alles, was an Elijah Craig Barrel Proof blind hier kaufen, was nach Deutschland kommt. Einfach mal kaufen, vielleicht ein, zwei Flaschen. Da kommt sowieso vielleicht sogar jetzt mehr als einmal im Jahr. Wäre cool, wenn wir es tatsächlich schaffen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Das ging ja echt schnell mit dem hier, ne? Weil der ist ja noch, noch auch in Amerika der aktuelle, ne? Die haben ja auch noch keinen aktuelleren bisher. Ja gut, vergiss nicht, wir haben das Problem mit unseren Flaschengrüßen. Also in Amerika 750, Europa 700. Das heißt, im September haben sie einfach genug gehabt und haben es einfach rübergeschickt. Meistens ist es umgekehrt bei Booker's. Wir kriegen der erste Batch des Jahres und in Amerika alle andere, die kommen, kriegen wir nicht. Diesmal haben wir das letzte Batch hier gekriegt. Ja, und wir hatten vorher ja gar kein 21er Batch von Elijah. Genau. So wenigstens etwas. Ja. Und wahrscheinlich haben sie gewusst auch, dass das dann zum ersten Januar schon im September dann dort, dass es dann der Strafzuhl fällt und einfach mit der Container einfach das gut abgestimmt. Und das finde ich schön. Also ja. Ja, ich auch. Und kleine, kleine Randnotiz, da sind wir ja auch beim Monatsthema Heaven Hill. Hatte ich eben vergessen zu erwähnen. Wir sprechen heute über Heaven Hill, die große, Distillerie. Genau. Wir waren so eifrig, oder ich, dabei, einfach diesen Thema anzusprechen. Wir haben immer am Anfang unsere neue Abfüllung in Deutschland ein bisschen ein Fokusthema und vielleicht ein bisschen was aus den Feindlichen Staaten. Und von daher, yay, wir haben es geschafft, gleich am Anfang denn diese erste Flasche hier zu bekommen. Gehen wir weiter? Ja. Wir haben etwas vom Hirsch, also The Horizon 2021. Auch eine 0,7 Liter Flasche hier. 46% für 46,90 Euro. Also, was verbindest du mit Hirsch oder A-H-H-Hirsch? Ähm, ja, tatsächlich gar nicht so viel, muss ich sagen. Also, ich habe mich damit noch nicht so viel befasst. Ähm, ich weiß, dass diese Marke, dass es die gibt. Ich habe auch mehrfach irgendeinen Hirsch Corn Whisky hier und da mal gesehen. Aber, ähm, jetzt eine richtige Abhandlung kann ich dir jetzt nicht dazu bieten gerade. Ne, macht nichts, macht nichts. Aber es gab sehr viele unabhängig abgesagt, abgefüllte Sachen Hirsch, die bis zu vierstellig auch denn in irgendwelche Auktionen jetzt hier bekommen. Ja. Und dass die Namen Hirsch sah, dachte ich, oh, ganz cool, ganz gut. Und dann lässt man einfach ein bisschen weiter rein. Oh, okay, MGP, Lawrenceburg. Okay, alles gut. Also, es gibt hier 94%, der tatsächlich ein bisschen älter ist. Sorry, nicht ein bisschen älter, ein bisschen jünger ist denn da. Ähm, das ist vier Jahre und zehn Monate jetzt hier mit dem Mais, 75%, bisschen Roggen und dann der Gerstenmalz. Und das gibt 6%, die sechs Jahre alt ist. Und da ist schon ein bisschen mehr Roggen dabei mit, ähm, High Rhy mit 36%. Aber gerade eben diese, oh, sechs Jahre, vier Jahre, ähm, Leute, also 65 Euro für eine vier Jahre alte MGP-Produkte haben, weiß ich nicht. Das ist manchmal Marketing. Ihr habt die Fräsche gekauft, ihr habt sie geteilt, Video kommt noch. Ja, ich habe sie auch schon hier gezeigt, ne. Ich habe sie auch, äh, hier zugelegt, aber noch nicht probiert. Ähm, ja, ich finde auch, da, da dürfte ruhig alles mindestens sechs Jahre haben oder sogar noch mehr, wenn man so rangehen will. Aber, na gut, ähm, High Rhy ist es ja insgesamt, kann man sagen. Ja. Wenn man den Gesamt-Roggengehalt sich anschaut. Mal schauen. Vielleicht schmeckt das sehr lecker. Auch da steht mein Video dazu aus. Manchmal überlege ich, ob wir tatsächlich erst im Februar die Neuerscheinung im Januar, dann hätte ich Sightzy gehabt, auch schon zu verkosten. Ja. Aber gut. Ja. Wir wollen euch die neuesten Informationen geben, wie möglich. Ja. Gut, trotzdem gute Idee. Äh, ja, kommen wir zum nächsten. Ähm, da waren wir uns nicht ganz einig. Clyde Maze, oh nein. Genau, Clyde Maze, ähm, du hast hier mir dazu geschrieben, nicht neu. Also, ich habe ihn in Deutschland noch nie gesehen. Für mich ist es neu, aber er ist offenbar nicht neu in Deutschland. 2019 habe ich ein Video schon dazu gedreht. Ja. Also, schon gesehen, ja. Ähm, 42,5%, 36,90 Euro ungefähr. Ich habe mein Problem mit Clyde Maze ist selbst, ähm, gut, das war natürlich eine, als Sträfling. Also, er war mehrfach auch wegen Schwarzen Brennen da im Gefängnis. Und jetzt hat sein Sohn praktisch diese Namen übernommen und hat daraus ein Marketingmasche gemacht. Sie haben es sogar hinbekommen, dass Alabama, ähm, Whisky jetzt hier zu der, der national Getränk gemacht hat, ähm, gerade mit Clyde Maze. Das ist einiges, sage ich mal, Lobbying dabei, was ich nicht ganz so gut finde. Und, ähm, die brennen selbst nicht. Ist alles eingekaufte Zeug. MGP, oder? Ja, genau. Und das einfach den Alabama-Style Whisky von, ähm, Indiana zu nennen, da geht mir echt gegen den Strich. Naja, gut, Alabama-Style bezieht sich ja wahrscheinlich auf diese Machrad mit den Äpfeln, ne? Ja. Äh, da hat man wohl früher gebackene Äpfel in die Fässer geworfen bei der Reifung. Ja, auch das, sage ich mal, ist mehr Legende als wahr. Ja, okay. Das sind wir gewohnt, oder? Ach, äh, es geht mir fast nur ein kleines bisschen, wo ich sage, muss das sein, Leute? Ja, ich bin, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Aber ich habe, ich habe ihn noch nicht probiert, ähm, und jetzt, also ich glaube nicht, dass sie heute noch Äpfel reinwerfen, also mit Apfel-Aroma, nehme ich mal an, ist das einfach nur angereichert. Ähm, okay. Mal sehen, mal sehen. Ähm, ja, also für mich, für mich ist er jetzt hier in Deutschland neu, ähm, ich vermute dann mal, es gab ihn, äh, ein Jahr oder zwei Jahre nicht hier. Absolut. Also ich glaube, es kam tatsächlich über, ähm, England hier nach Deutschland mal. Es waren nicht viele, aber es gab ein paar kleine Händler, die damals was hatten, ja. Oh. Ja, vielleicht ist das jetzt, vielleicht ist das jetzt ja ein regulärer Importweg, äh, der dauerhaft ist und vielleicht sehen wir noch mehr von Clyde Mace. Die haben ja auch noch andere Sachen. Die haben ein paar gute Sachen in der Stadt, ne, paar Fachstärke und so weiter, Barrelproof und die wären interessante, ja. Okay. Ja. Ne, ich kann, ich, 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 ich war schwach, ich, ich konnte nicht widerstehen und, mal sehen, das werde ich mir nochmal anschauen. Bitte tu das. Aber, ja, weiter, mit einem, mit einem weiteren, der nicht, eigentlich nicht neu ist, ne. Für mich wiederum nicht, aber das war auch schon 2019. Also George Dickel, Rye ist das. Es gab dann der Nummer 8, der Nummer 12 und Rye, die waren schon lange in Deutschland, ähm, für mich. Und dann war irgendwie der Versorgung damit, danke Diageo oder nicht Diageo, wie auch immer man das so sieht, einfach mal ausgetrocknet. Also es gab nur Restbestände hier. Und jetzt sind tatsächlich neue Produkte hier gekommen. George Dickel, Rye ist 45 Prozent, ein Liter allerdings für 60 Euro. Und alles, was es ist, es ist ein 95 Prozent Roggen, 5 Prozent gewälzte Gäste, MGP Juice. Also es wird dann noch nicht mal in der, äh, Charlo, ähm, wie heißt es, Hallow, Hallow, Dingsworth? Cascade Hallow. Cascade Hallow Distillery gemacht, aber es durchläuft buchstäblich hier unser Lincoln County Process. Interessant. Immerhin. Immerhin? Immerhin. Halb Tennessee. So, keine Ahnung. Ja, äh, gut. Ähm, ich wurde schon häufiger gefragt. Nachdem, äh, wo es den gibt oder wann es den mal gibt. Also viele, viele hatten den wohl auch nicht auf dem Schirm hier in Deutschland. Ja. Und, äh, deswegen dachte ich mir auch, den kann man hier gut mit reinnehmen. Ja, absolut. Als, als eine Neuigkeit. Äh, ja. Sehr, sehr gut. Ja, George Dickel, durchaus sehr bekannt. Kommen wir zu einem noch bekannteren Maker's Mark. Maker's Mark hat auch was Neues, äh, in Deutschland. Zwei Sachen. Ja, fangen wir mal mit der ersten an. Äh, äh, Maker's Mark Casc Strength Badge 20 02. 20 heißt 2020. Also in Amerika ist das schon zwei Jahre alt. Ja. Ungefähr. Aber jetzt erstmalig in Deutschland eingetroffen. 55,2 Prozent für knappe 70 Euro. Also ich habe schon Maker's Mark öfter getrunken. Also der 46 finde ich am besten bisher. Der Casc Strength hat mir gar nicht so geschmeckt. Und als ich da in Louisville war, für ein paar Jahre, hat mein Gastgeber, wo ich war, sagte, Mensch, mir wurde eine Flasche geschenkt. Schmeckt mir nicht so. Willst du was davon? Und was war es? Maker's Mark Casc Strength. Ich sag, gut, bevor ich hier nichts habe, schenke ich ein bisschen ein und sagte auch schon wieder. Also ich kann echt ohne das Zeug leben. Keine Ahnung, wie es dir so geht. Aber, ähm, Weated Whiskeys sind nicht meine Lieblings-Whiskey-Sorten. Ja, da müsste Rolf jetzt hier sein. Der würde, äh, der würde uns gehörig widersprechen. Ist ja ein Weated Bourbon-Fan. Also ich mag es durchaus, obwohl ich tatsächlich sagen muss, äh, Casc Strength ist für mich überraschend schwach bisher auch bei Maker's Mark. Also ich finde da 46 und auch 101 eigentlich interessanter. Und vor allem auch die Private Selects, die natürlich nochmal ein bisschen teurer sind. Aber die finde ich durchaus manchmal sehr gut. Ja, gut. Private Selects, da hast du mein Interesse sofort geweckt. Da bin ich immer gerne dabei, irgendwas zu sehen. Allerdings ein kleines bisschen hängt es jetzt hier auf den Preis ab. Und vielleicht geben wir zu unserem nächsten Produkt, was Maker's Mark jetzt hier in Deutschland hat. Das war auch der Wood Finishing aus dem Jahr 2022. Interessant, dass es dann da 14 Monate braucht, bis es hier rüberkommt. Das ist der SA4. Das ist dann hier tatsächlich dieses Virgin Toasted Oak. Und dann da mit 5x PR. Das sind die französischen Oak Staves. Ähm, das ist immer wieder das, was sie so machen. 55,4% dieses Mal. In den Vereinigten Staaten 65 Dollar, wo ich sage, kaufen, bitte, alles okay. Allerdings in Deutschland für 178. Und da muss ich sagen, ich boykottiere. Ich würde gerne, aber für den Preis sage ich, nein, stopp, das ist mir zu teuer. Ja, geht mir auch so. Ging mir ganz auch genauso. Weil ich habe ihn gesehen, als er hier dann neu war. Und ich habe kurz überlegt und dann dachte ich, nee. Nee. Also nicht nur, weil es zu viel Geld ist, sondern weil auch wirklich ich das boykottieren möchte und irgendwie das nicht dazu beitragen möchte. Also ich glaube nicht, dass der Online-Shop, wo es da drin ist, das ganze Geld hier kassiert. Meine Vermutung ist, dass tatsächlich einfach mal zwischen Amerika und zwischen unseren Online-Händlern in Deutschland mindestens ein bis zwei Leute greifen ganz schön tief in der Tonne der Taschen hinein. Und machen einfach mal 50 bis 60 Prozent Aufschlag jeweils. Und das ist einfach mal, ich finde das leider unverschämt, ja? Ja, man muss es nicht mitmachen. Auf der anderen Seite, wenn wir nun das nächste Produkt anschauen, das ist der Knob Creek 12 Jahre alt, mit 50 Prozent. Kostet auch 128,50 Euro jetzt hier in dem gleichen Online-Shop. Da viele Leute sagen, in unseren Gruppen, wir haben so eine Bourbon-Talk-Gruppe hier bei WhatsApp auch zum Beispiel, Jason, ich kriege das nirgendwo anders. Also wenn ich nach Amerika fliege und dort oder importiere mit Strafstor und alles mit Versand und so weiter, bin ich bei dem gleichen Preis. Also von daher, bevor ich es gar nicht habe, dann greife ich ganz, ganz tief in meine eigene Tasche und bezahle die 128, die 178 für solche Sachen, die es in Deutschland noch nie gegeben hat. Und kann man machen. Ich würde lieber einfach mal, ich sag mal, viermal der neunjährigen vom Knob Creek haben, auch mit 50 Prozent, als dann einmal jetzt hier zwölf Jahre alt. Ja, die Rechnung geht auf, denke ich. Da hat man mehr von. Ich muss sagen, ich wurde schwach, ich habe ihn gestern bestellt. Bei mir war er sogar eine Einkaufskurve. Da habe ich einfach meine Prinzipien angeschaut und dachte, nein, auch das boykottiere ich. Okay, na gut. Beim Makers Mark war ich noch stark genug, aber hier gingen die Prinzipien über Bord. Ja. Und ich habe, ich habe ihn gekauft. Ich bin gespannt und ich bin ja auch Knob Creek Fan, wie du vielleicht weißt. Okay, ich nicht so sehr. Ja, aber irgendwie musste das sein. Und ich habe mir da auch genau diese Sache gesagt, wenn ich den jetzt in Amerika direkt bestellen würde, dann würde das auch auf einen hohen Preis kommen mit Zoll und Lieferkosten. Weißt du, wie viel der regulär in den USA kostet? Der war auch um die 60, 65 Dollar. Okay, das geht voll in Ordnung. Genau, nur noch doppelt der Preis, nicht dreifach der Preis wie bei Makers Mark im Grunde. Ja, genau. Ja, ja. Aber ich trotzdem, einfach drei Jahre älter, ist immer noch ein Small Badge, ist kein Single Barrel. Er ist nur drei Jahre älter und dafür 90 Euro mehr. Also, nein. Das ist schon Wahnsinn, ne? Ja, oder? Ja, wir werden mal sehen, wie sich das geschmacklich dann übersetzt quasi. Aber da stimme ich zu. Ich hoffe, es schmeckt dir sehr, sehr gut. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Gut. Ja, erstaunlich, wie viel es wir hatten jetzt hier im Januar. Also, ich finde es ganz cool, dass einige Sachen hier nach Deutschland jetzt doch kommen und ich erwarte noch mehr. Ja, es waren ja auch noch ein paar mehr, die wir jetzt gar nicht aufgeschrieben haben, weil wir den Rahmen nicht sprengen wollen. Also, ich habe da noch ein paar Sachen mehr gesehen. Aber mal sehen, vielleicht, mal sehen, wie viel wir im Februar haben. Wenn wir da nicht so viel haben, können wir ja noch ein paar auch hinterher schieben. Genau, wir haben immer was im Petto, ja? Genau, ja. Okay, Thema des Monats. Heaven Hill. Bist du bereit? Jo, ich mache Heaven Hill. Ich auch. Und ja, wie fangen wir an? Also, vielleicht erst mal, viele bekannte Marken kommen ja von Heaven Hill, also gehören entweder zu Heaven Hill oder werden dort gemacht. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar, damit Leute eine Vorstellung bekommen. Evan Williams, Elijah Craig, Larsenny, Henry McKenna, Old Fitzgerald und bei Rye zum Beispiel Rittenhouse und Pikesville. Also, Bernheim, der Weed, Weed Whisky und viele mehr. Und, aber auch wenn manchmal nicht bekannt ist, also wenn es auch nicht offiziell bekannt gegeben wird, wo ein Bourbon herkommt, Heaven Hill ist aus meiner Sicht immer ein guter Tipp. Weil die produzieren ja auch viel für andere Marken, viel gesourceter Whisky kommt auch von Heaven Hill. Mit anderen Worten, wahrscheinlich hatte jeder oder fast jeder, der sich für Bourbon interessiert, schon mal Heaven Hill im Glas. Genau, also sagen wir einfach mal so, Wild Turkey gibt nie irgendwelche Sachen ab. Ja, also, ähm, jetzt hier gehen wir rüber, dann da zu Buffalo Trace, geben auch kaum irgendwelche Fässern jemals ab. Hm, das heißt, wenn ich bei Willett irgendwie ein altes Produkt habe, wo kam der wahrscheinlich her, wenn es, da steht, Kentucky Straight Bourbon Whisky und nicht aus Indiana. Könnte Heaven Hill sein, ja? Meistens würde man die Wette gewinnen. Genau, denke ich auch. So, und gerade wenn es älter als zehn Jahre alt ist, wo die Flasche abgefüllt wurde, immer besonders, ja? Genau, ja. So, die Geschichte von Heaven Hill ist irgendwie nicht so riesig alt. Da gibt es keinen Ur-Ur-Ur-Großvater, der irgendwie in den Wäldern von Kentucky denn da ein Rezept hatte und denn da alles gemacht hat. Da sind im Gesamt sind das fünf Brüder, die tatsächlich direkt nach Prohibition oder während Prohibition sagten, das endet bald, lass uns was machen. Die hatten schon einige Lagerhäuser und haben gesagt, wir werden einen Distillery bauen sofort, wo wir können. Und man muss ehrlich sagen, die Jungs waren Visionäre, denn die hatten kaum Ahnung von Spiritosengeschäft. Ja, die haben Geld gehabt, die haben gesagt, das ist unser zukunftsträchtiger Markt und die haben gesagt, Bardstown ist unser Ort. Und boom, ist das so, dass sie jetzt hier die Brennerei gleich vom Anfang aufgebaut haben. Und man konnte fast sagen, das war ein Erfolgserlebnis, weil sie auch Leute hatten mit dem richtigen Namen. Beam, ja? Die uns unterstützt hatten. Genau. Sie hatten direkt Hilfe von Harry Beam. Also das war auch deren erster Master Distiller aus dem bekannten Jim Beam Clan. Und ja, die Beams haben ja in Kentucky sowieso ihre Finger häufig im Spiel gehabt. Und immer noch haben. Und immer noch und immer noch, genau. Und auch bei Heaven Hill zog sich das ja bis in die Gegenwart, könnte man sagen. Also so meinen Recherchen zufolge bis 2017 war jeder Master Distiller bei Heaven Hill auch immer ein Beam. Gut, es gab nur fünf. Ja, aber immerhin. Immerhin, genau. Alle fünf waren Beams. Genau, das ist eine lange Zeit. Und ich weiß ja nicht, wie die das immer geschafft haben. Das ist ja dann fast wie so ein Vertrag im Grunde. Der ist ja da immer, naja. Aber es gibt genug Beams, die in der eigenen Distille nicht unterkommen. Von daher ist das vielleicht gar nicht so schwierig, wie man denkt. Ja, 2017 wurde es dann ein Nicht-Beam. Danny Potter und 2019 Connor O'Driscoll. Der erste aus Irland. Der ist noch niemals Kentuckianer. Der ist da noch niemals Amerikaner. Die haben jemanden aus Irland geholt dazu bei Heaven Hill. Als ich das sah, dachte ich, kann man machen, aber okay. Mal gucken, was passiert, ne? Ja. Ja, Gutes, Gutes, ja. Bestimmt, ja. So, Heaven Hill war auch je eine, ich sag mal Wirtschaftsunternehmen, denn die haben nicht nur produziert für sich und auch für anderen. Die haben tatsächlich viele, viele, viele Marken aufgekauft. Und das ist so, dass sie nicht nur Whisky produzieren. Die haben Rum, sie haben Gin, sie haben Liqueur, sie haben andere Spiritosen. Das Ding ist eine riesige, riesige Wirtschaftsunternehmen geworden. Und man kann sagen tatsächlich, das ist der größte familiengeführte Brennerei in Amerika, noch bevor in Familienbesitz. Ja, genau, das ist schon beeindruckend. Haben wir überhaupt, haben wir den Namen schon erwähnt? Shapira? Haben wir das schon gesagt? Ich hab die fünf Brüder Shapira gesagt, aber kannst du die alle nennen? Ich nicht. Nein, nein, nein. Da muss ich nachgucken. Ja. Da muss ich nachgucken. Ja, das lief sehr erfolgreich an, aber dann haben wir ein unerfreuliches Ereignis. Ereignis brauchen wir ein paar jetzt hier Sound Effects wie Bum, Bum, Bum. Genau. Und zwar 1996. Feuer. Ja, 7. November. Und wir wissen heute immer noch nicht, was das ausgelöst hat. Ja, zumal ja die Distille eigentlich relativ gut gegen Feuer geschützt war. Also es war doch eine der eher besser, besser vorbereiteten, besser geschützten auf Feuer. Aber es hat hier nicht geholfen. Die Produktionsanlagen brannten und sieben der damals 44 Lagerhäuser. Ja. Sehr viel Whisky ist verbrannt und brennender Whisky floss dann halt weiter auf die anderen Lagerhäuser und hat die dann entzündet. Und ja, man findet die recht beeindruckende Zahl 2% des weltweit vorhandenen Bourbons, nehme ich dann an, oder? Nicht Whisky, sondern Bourbon. 2% des weltweit vorhandenen Bourbons sind verbrannt. Zum Glück haben sie den Hefestrang, den alten Hefestrang von 1935 noch retten können. Aber ansonsten ist die Anlage und ein recht großer Teil des Whiskys dort verbrannt. Und was ich absolut so cool finde, ist, als dieses Note da war, es gibt auch ein paar Videos online, die man auch anschauen kann, wo man eine Feuer sieht und so weiter. Da kam tatsächlich Jim Beam, also vielleicht eine Verwandtschaft damals hat geholfen, aber auch Brown Forman hat gesagt, hey, liebe Leute hier bei Heaven Hill, eure Anlage ist dann abgebrannt, aber ihr könnt gerne unsere Produktionsstätten auch nützen. Also ist das nicht cool? Also ich meine, stell dir mal vor, dein Konkurrent sagst du, hey, ich lade dich ein zu mir nach Hause und du kannst trotzdem hier weitermachen. Also Hut ab, ja? Absolut, absolut, finde ich auch. Das ist eine tolle Sache. Da sieht man auch, dass diese Profession wahrscheinlich verbindet, ne? Also das, das finde ich auch schön. Einige Jahre lang haben sie dann ja auch gebrannt bei Jim Beam und Brown Forman. Bis sie dann 2000, im Jahre 2000, also vier Jahre nach dem Feuer, die Bernheim Distillery in Louisville gekauft haben von Diageo, die ja auch relativ neu noch war. Die wurde doch 2000, ne, 1992 gebaut. 92 gebaut. Genau, also man darf nicht vergessen, Diageo ist schon irgendwie ein moderner Produkt hier. Da war ein Zusammenschluss von United Stillers, da war der Grand Metropolitan, da war es auch für Guinness. Die kamen zusammen und die brauchen sie einen neuen Namen, die haben Diageos genannt. Und in dem Moment haben sie überlegt, wir werden unser Geschäftskonzept ein bisschen ändern und wir werden uns weniger auf den USA Market hier konzentrieren. Und die haben tatsächlich gesagt, okay, Bernheim Distillery neu gebaut, brauchen wir nicht mehr. Übrigens, das gleiche ist passiert mit Waterford, das war auch ein Diageo Produkt und das gleiche mit Great Northern Distillery, oben in Dungdalk vom John Teeling. Außer auch vorher auch ein Diageo Standort. Und wir könnten heute sehr dankbar sein, dass Diageo so viel Geld investierte in so viele Anlagen, die andere Leute benutzen, um deren gute Produkte, nicht nur Bier, sondern hier tatsächlich Whisky zu produzieren. Ja, ganz genau. Und dort wird er halt auch jetzt gemacht, der Whisky von Heaven Hill in Louisville. Ja. Und in Bardstown, also dort, wo die Anlage vorher war, machen sie aber immer noch was und zwar lagern sie dort und verpacken. Soweit ich weiß, wird da nicht gebrannt. Nee, wird nicht gebrannt. Es gibt ein Besucherzentrum, da war ich schon da an Bardstown, also bei der Heaven Hill Visitor Center. Das ist ein nettes, kleines, so ein Walk, ein bisschen Museum kann man da durchgehen, die Geschichte von dann dort, Heaven Hill, ein bisschen Geschichte vom amerikanischen Whisky und so weiter. Und dann von dort aus hat man die Möglichkeit, ein Warehouse-Tour zu machen. Lohnt sich, kommt man meistens mit irgendwie einem Golfkart oder kleinen Bus, je nachdem, wie viele Leute da sind, rüber hin und dann geht man durch die Lagerhalle, kommt man zurück. Und dann gibt es ein kleines Tasting und das ist echt schön gemacht da. Aber es fehlt einfach die Bräumerei. Die ist nicht da, die ist tatsächlich da, 30 Kilometer entfernt ungefähr, in Louisville. Ja. Ja, eine sehr große Distillerie, wir haben es, denke ich, gut betont. Dennoch keineswegs nur Einheitsbrei. Also sie haben ja auch wirklich viel, viel, viel Verschiedenes im Sortiment. Und so sagt man, es ist zum Beispiel eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige große, das ist Definitionssache, aber sagen wir mal, eine der wenigen großen Distillerien, die Corn Whisky herstellen in Amerika. Der Mellow Corn, wo die Meinungen ja sehr auseinander gehen, so wie ich das sehe. Ich mag ihn. Was sagst du? Für das Geld mache ich den auch. Ja, gut. Wenn du den damals für 10 Dollar gekriegt habe, ja. Wenn du allerdings 40 Euro bezahlen soll dafür, manchmal, nein, danke. Nee, das nicht. Ich habe ihn mal für 14 Euro mal für ein Jahr gekauft. Das ist gut, ne? Ja. Ja, den Mellow Corn und den Georgia Moon, ungelagerter Corn Whisky, also Moonshine, ja. Das, sowas machen die auch und haben entsprechend auch verschiedenste Mash Bills hier im Gebrauch. Auch eine Bourbon Mash Bills, eine Wheated Bourbon Mash Bills, natürlich eine Rye Whisky Mash Bills, Corn Whisky Mash Bills, Weed Whisky Mash Bills und auch wohl mal irgendwann ein seltenes Mal eine Malt Whisky Mash Bills benutzt. Sehr gut. Also wir haben eine Kapazität von 26,5 Millionen Proof Gallons, das heißt, es ist genug, um 400.000 Fässern von Whisky pro Jahr zu füllen. Das sind über 10 Millionen Liter. Also, Entschuldigung, nicht 10 Millionen Liter, die sie produzieren, ich habe null vergessen. 100 Millionen. Das passiert mal bei den Zahlen. Genau, passiert mal. Also, das ist schon ziemlich groß, ja. Also, wenn man überlegt, der größte Malthersteller in Schottland produziert 30 Millionen, sind wir schon dreimal so groß bei 100 Millionen, ja. Also, richtig, richtig ein mächtiges Ding da. Absolut. Und du hast es am Anfang ja auch angesprochen, sie haben einige Traditionsmarken auch aufgekauft, die sonst verschwunden wären. Das ist ja auch eine schöne Sache, dass sie haben so ihre eigene Core-Range, aber halt auch noch solche Sachen dabei. Das ist, finde ich, schön. Sehr gut. Manchmal kriegt man einfach dann zu hören, jetzt hier Pre-Fire und Post-Fire. Das heißt, alles, was gebrannt wurde, da tatsächlich vor dem 96er Jahr, also 7. November 1996, ist irgendwie noch teurer, weil das die alte Anlage ist. Und dann gab es die Zeit dazwischen, wo wir nicht wussten genau manchmal, wo es dann produziert wurde. War es dann hier Brown Foreman oder war es dann Jim Beam? Und dann seit 2000, alles, was wir verkosten, was nicht 21 Jahre alt, das ist eigentlich alles. Also ist dann dort bei Bernheim da destilliert. Und ja, eine coole, coole Marke. Die machen gute Sachen jetzt hier. Aber ich finde einfach das, was Heaven-Hill-Produkte angeht, im Besonders Elijah Craig, danke, wunderbar, vielen Dank, dass es das gibt. Und wir haben momentan ungefähr 1,6 Millionen Fässern gelagert in Kentucky. Nicht wenig. Ne, ein guter Bestand. Ein guter Bestand, ja. Ja, ich wollte dich mal spontan fragen, wenn du ein Lieblings Heaven-Hill-Produkt nennen müsstest. Elijah Craig. Barrel-Proof? Ja, ich auch. Eindeutig. Eindeutig. Ich auch. Okay. Sowieso weit vorn dabei bei Lieblings-Burban. Ja, also Henry, Henry, Henry McKenna ist das, der ist natürlich schwanken, das Single Barrel. Der kann manchmal hervorragend sein, kann manchmal weniger gut sein, aber wenn ich wirklich etwas erwähnen müsste, der zweitliebste wäre Pikesville. Also Pikesville finde ich auch gigantisch. Ja, bei mir, bei mir auch, bei mir auch. Ja, siehst du? Sehr, sehr gut. So, gut. Und was ich nicht mache, ist Larceny, auch schon wieder weeded. Nee, du, interessant, ich mochte den am Anfang nicht so gerne, aber irgendwie dann später, also so nach dem zehnten Mal probieren irgendwann. Jo. Manchmal ist das so, ne? Manchmal braucht man einfach zehn Mal, bis man endlich sagt, okay. Genau. Gut, also ich hätte nicht viel mehr zu erzählen zu Heaven-Hill, also hast du noch was? Nee, ich glaube, das Wesentliche haben wir jetzt gesagt, ja. Dann gehen wir rüber nach Amerika, zu den New Releases, denn es gibt etwas, wo viele Leute momentan verrückt gespielt haben. Und das ist hier von Barrel. Also Barrel ist nicht ein Produzent, sondern ein Independent Bottle, würde man in England oder Schottland so sagen. Eine unabhängige Abfülle der Sachen einkauft. Und die haben ein Barrel Craft Spirit namens Gray Label Seagrass. Es war 16 Jahre alt, es war 250 Euro und das war Canadian Whisky im Grunde. Ein Teil wurde in Apricosen Brandy gereift, ein Teil war in Rumfässern und am Ende kam alles zusammen für eine Madeira Finish. Und das hier für eine kanadische, amerikanische Produktion, also das ist ungewöhnlich. Und 16 Jahre alt und so, eine Fruchtbombe bei hier, es wurde auch so Whisky des Jahres erkoren bei ein paar Leuten. Das ist echt interessant. Ja, folgt ein wenig dem Trend, den wir, glaube ich, in einer früheren Folge schon mal besprochen haben, nämlich Fancy Finishes plus hohes Alter und dann hoher Preis. Wobei ich wäre fast bereit, 250 dafür, fast, aber ich weiß es nicht. Aber das war der Preis in Amerika. Ja, also wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich es für den Preis sofort hier haben würde, ich würde wahrscheinlich auch ja sagen. Aber nur, weil ich weiß, nur weil ich weiß, wie schwer er zu haben ist. Also als regulärer Preis wäre mir das zu viel so. Auch schon längst ausverkauft, kriegst du sowieso nicht. Ja, ja. Also Secondary Market, keine Ahnung, ob das schon vierstellig ist, aber das ist sowas von gehypt. Ja, ja, ja. Na ja, gut, also wir haben den Makers Mark Wood Finish aus dem Jahr 2020 in Deutschland und der 2021 Limited Release ist schon rausgekommen. Ich glaube, es war, ähm, und da hat irgendeine Whisky-Tuber tatsächlich hier alle drei gegeneinander verkostet schon. Was wir jetzt hier haben, ist der FAA-02, was wir jetzt hier haben, das ist der Fall Limited Edition und das hat man Virgin Oak, ähm, äh, dieses Dauben und die haben eine Infrarot statt eine, ähm, und davor, entschuldigen, wurden die von Flamme getoastet und dann haben sie ein Infrarot denn dort Behandlung bekommen. Ähm, ja, 60 Euro, also 60 Dollar, ich würde sagen, für 60 Dollar, wenn ich den kriegen könnte, hätte ich den schon längst gekauft. Ich auch. Ja, hat 54,55 Prozent. Ja. Also im Barrel-Proof-Bereich, oder, oder, es ist ein Barrel-Proof, nehme ich mal an. Äh, ja, wäre ich voll dabei, aber in Deutsch, ich weiß ja nicht, in Deutsch, wenn er in Deutschland auftauchen sollte, äh, wir hatten ja das eben schon besprochen. Also, 165 Euro. Ja. Ja, ja, naja, schauen wir mal, wie das denn so ist. Ich bin in den Starten im Juno, ich schaue mal, wie viele Dinge ich meinen Koffer mitnehmen kann. Genau, das ist, das ist eine gute Einstellung. Sehr gut. So, Kings County, Empire Rye, ich finde Empire Rye sowieso eine coole Sache, da haben sie die ganze, ähm, verschiedene Hersteller dort in New York State zusammengeschlossen, haben gesagt, unsere Roggenprodukte muss zumindest, ähm, von einem gewissen Anteil aus der New York State, kommen, und das ist tatsächlich auch hier der Fall, das ist jetzt Badge Number Six. Und es gibt einen Hauch von meiner Möglichkeit, dass wir tatsächlich, ähm, Kings County nach Deutschland in diesem Jahr kriegen werden, auch als Importeur. Oh, cool. Ja. Sehr cool. Kennst du die Flaschen da von Kings County? Ja, 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 ja. Ich finde sie nicht so cool, die Flaschen. Also, die sehen aus wie selbst abgefüllt. Ja, genau. Also, wirklich so die 10 CL Dinge, die wir haben, Assemble, einfach nur auf 500 CL, ja, 500 ml ist so, naja. Genau. Es hat aber schon wieder was. Ach, möglicherweise. Naja, es ist selbstbewusst, oder? Ja, genau, die wollen das noch nicht ändern, das ist echt cool. Das kommt aus Brooklyn da oben, also wir haben 80% vom Denko Roggen aus New York und dann dürfen sie tatsächlich 20% dazu tun, zum Beispiel Roggen. Und diesen Mal haben sie dann aus England tatsächlich gemälzte, äh, nicht Roggen, sondern gemälzte Gerste geholt aus England und haben diese 80-20 Mischung hier gehabt. 51%, zwei Jahre alt muss es mindestens sein, auch für Empire Rye und 99 Dollar, also kam jetzt hier Januar auf den Markt. Ach, das finde ich auch ein bisschen teuer. Mmh, ja. Ja, durchaus. Durchaus, danke. Aber vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, vielleicht werde ich mich jetzt echt in den Hintern treten oder beißen, wenn ich zurückblicke, warum hast du es nicht gekauft damals für 120, 130 Dollar oder Euro? Das wäre der Preis gewesen, ja? Ja, das ist natürlich möglich. Ich weiß auch nicht gerade, was ich sagen soll. Also, es ist, ähm, natürlich ist das ein, ich weiß nicht, es ist ja doch ein bisschen eine Craft-Sache, so, ne? Also, von daher kann man das nicht ganz vergleichen mit, äh, mit Maker's Mark oder so. Nein, nein, nein. Ja. Gut, ähm, das nächste, George Dickel, ich weiß gar nicht, kannst du mir helfen, wie man das ausspricht? George Dickel und dann X oder, oder wie? Ja, oder Times, Times, es ist für ein Mal in diesem Moment. Ach, Times, ah. Es ist wirklich ein X als ein Mal. George Dickel, George Dickel, Times, Leopold Brothers, Collaboration Blend Rye, also Zusammenarbeits-Blend, sozusagen. Ja. Ja. Und da haben sich, äh, Cascade Hollow, also George Dickel sozusagen und Leopold Brothers aus Colorado zusammengetan. Ja. Ja. einen, ähm, ähm, einen, äh, Blend of Straight Ryes kreiert. Das Besondere hier ist durchaus auch, das ist der erste Rye, der auch wirklich bei George Dickel gebrannt wird. Denn, der normale George Dickel, wie du eben gesagt hast, ist ja MGP, also der Rye, ne, der George Dickel Rye. Und hier ist es wirklich ein Rye von Cascade Hollow, also aus der eigenen Distillerie. Plus Leopold Brothers, ähm, ja, Leopold Brothers sagt mir jetzt tatsächlich nicht so viel. Echt? Oh Mann, oh Mann. Ja. Oh. Also ich, theoretisches Wissen, weißt du, ich hatte da noch nichts im Glas. Okay, gut, ist schwierig nach Deutschland zu kriegen, die haben auch noch einen keinen richtigen Importeur. Damals war er jetzt hier, ähm, aus Berlin zu einer Firma, die ein paar Flaschen von Leopold mal hatte. Die muss ich auch nochmal persönlich kontaktieren, zu sehen, ob da irgendwie eine Kooperation möglich wäre. Aber, ähm, Leopold Brothers, eine davon, hat jetzt in Deutschland Braukunst studiert, ging wieder zurück, hat auch aufleben lassen in Colorado tatsächlich diese Distillierskunst und hat dann Maryland Rye in Colorado, als erstes gemacht und die sind sowas von experimentierfreudig, dass sie tatsächlich zurückgeschaut haben, wie sie vor 100, 200 Jahren Roggen und Whisky gemacht haben. Und die waren die ersten, die tatsächlich diese sogenannten Three Chamber Still jetzt nachgebaut hat. Man hat früher einfach wirklich einen Baum standen genommen und da drei Kerben reingehauen und dann dort durch diesen Baum hindurch distilliert. unglaublich und er hat tatsächlich dieses, ähm, Three Chamber Rye, ähm, System nachgebaut und dieses Roggen Whisky, der, die er zum ersten Mal auf diese Art und Weise erstellt wurde, ist für mich sogar erstaunlicher als der Dickel Rye. Und dann kam er dann zu, ähm, wie heißt sie mit Austin, mit Vornamen jetzt hier? Ich würde sagen Jane Austin, aber gut. Ich habe auch an Jane Austin gedacht. Nicole. Nicole Austin kam er dann hin und sagt, Mensch, könntest du ein bisschen abschmecken? Und sie hat gesagt, wir haben auch was, könnten wir nicht zusammen machen? Und er sagt, ja. Und sie sagt, stopp, ich muss meinen Chef fragen. Weil sie kann nicht ganz entscheiden, offenbar. Sie sagt, sie kann immer wieder. Aber, ähm, in dem Fall hat sie Genehmigung bekommen, denn diese geheime Roggen damit zu mixen. Und deshalb ist es echt eine interessante Sache. Das ist 80 Prozent von, ähm, denn tatsächlich eher der Dickel und 20 Prozent hier von der Leopold. Aber es ist eine interessante Sache. Auch leider schon längst ausverkauft, weil es so einzigartig einmalig war, ja? Ja, 103 oder circa 100 Dollar war der Preis, ne? Ja, ähm, ich finde das auch ganz toll mit Leopold Brothers. Also das, das, ähm, wusste ich auch mit diesen experimentierfreudigen, altmodischen Macharten quasi. Aber wie gesagt, im Glas hatte ich leider noch nichts davon. Okay, gut. Ich habe schon ein, zwei Sachen gehabt, aber nicht, schon ein bisschen länger her, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich verfolge den sehr stark auch jetzt hier bei, ähm, auf, ähm, YouTube und Instagram und so weiter. Leopold Brothers, echt wunderbar, die Jungs, was sie da machen. So, dann gehen wir weiter zu Stellum. Stellum ist hier eine neue, ähm, unabhängige Abführer, nenne ich sie genau so wie Barrel hier. Wurde im März 2021 auf den Markt gebracht und die haben etwas rausgebracht namens, denn hier, Stellum, ist das hier unser Black Bourbon, ja? Ja, ähm, gehören die nicht zu den Barrel, äh, zu, zu Barrel, ähm, Craft Spirits? Ich dachte, das wäre eine Marke von denen. Äh, okay, ja gut, es ist, es ist ein neuer National Brand, äh, geschaffen, um zu zelebrieren, ba, 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 ist produced by Barrel Craft Spirits, genau. Also so ist ein Untermarker davon, Entschuldigung, genau, richtig, ja. Ja. Ja, hatten wir wahrscheinlich beide noch nicht im Glas, ne? Ne, hatten wir auch nicht. Auch 100 Dollar, man merkt so einen gewissen Trend hier für diesen Preis und wir haben einfach mal Indiana, Kentucky und Tennessee wieder, ein bisschen wie unsere United Pursuit Abfüllungen manchmal, ja? Ja. So, Blend of Straight Bourbons. Ich glaube, wir werden öfter so sehen, Blend of Straight Bourbons, ja? Ja, mal sehen, ob sie dann irgendwann sagen, dass es ein Qualitätsmerkmal sei, wenn das so heißt, also, dann mache ich nicht mehr mit. Ja, mache ich nicht mehr mit, okay. Dann gehen wir zu unserem nächsten Produkt und unser letztes Produkt für heute, Light Whisky. Ja. Diesmal habe ich ganz bewusst einfach etwas genommen, Penelope, auch wiederum ein neuer unabhängiger Abführer, extra gemachter mit seiner Tochter, sie ist drei Jahre alt, sie hat seine eigene Firma jetzt hier gekriegt, Penelope, Founders Reserve, er ist ein 13 Jahre alt, American Light Whisky. Ja. Was sagst du zu Light Whisky? Äh, klingt erstmal gruselig. Ja, ja. Denn das ist ja im Grunde so aus der dunklen Zeit von Bourbon oder von amerikanischem Whisky, also so in den 70er, 80ern kam doch dieser Trend auf, weil die Nachfrage nach echtem Bourbon runterging, dass manche Distillen sagten, machen wir mal etwas, was ein bisschen flacher schmeckt, ein bisschen mehr so an das erinnert, was die Leute im Moment haben wollen. Ja. Und dann brennen wir das halt mal bei über 80 Prozent Alkohol. Aber unter 95 Prozent. Ja. Genau. Immerhin. Immerhin. Aber, ähm, also Bourbon, ne, darf ja nur maximal bis 80 und hier ist es halt über 80. Ähm, ja, was halte ich davon? Da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil ich davon so viele nicht kenne. Ähm, der Boondocks, ist das Light Whisky? Ist auch ein, eins davon ist auch Light Whisky, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob beide so sind, ja. Den kenne ich glaube, den finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Den finde ich ganz gut für das, was er ist tatsächlich. Ähm, und hier 13 Jahre in, in alten Bourbonfässern gelagert. Genau. Second fill Bourbon barrels, nicht mehr schnell. Ja. Mhm. Und, äh, 67,3 Prozent Alkohol. Also, also, ich wäre schon gespannt, wie das schmeckt. Ich könnte mir vorstellen, das ist nicht übel. Und ich meine, ich habe auch hier und da mal gelesen über den und durchaus Gutes. Ja. Okay. 99 Prozent Mais war der Mashbill. Ein Prozent gemäß der Gäste. Ja. Ist schon eine interessante Sache. Also, Kenny hier von Bourbon Pursuit hat gerade vor ein paar Tagen bei, ähm, Bourbon Night, so folgendes gesagt, so Light Whisky. Er findet Light Whisky grässlich. Okay. Warum? Seine Begründung ist folgendes. Das ist auch MGP. MGP hat nichts mehr mit dem Alter. Das einzige Ding, was sie noch mit dem Alter haben, mehr als drei oder vier Jahre alt, ist Light Whisky, was keiner vorher wollte. Und nun wird es einfach dann gekauft, weil alle Leute es findest toll, dass es so eine hohe Alkoholgehalt hat. Oh, 67,3 Prozent. Muss ich mal probieren. Ja. Heißt lange noch nicht, dass es gutes Zeug ist. Natürlich nicht. Das heißt einfach nur ein paar Eckdaten stimmen. Erstens erhältlich noch. Zweitens eine Altersangabe. Drittens eine sehr hohe Alkoholgehalt. Und ja, preislich. Hey, wir sind bei 80 Euro hier für die Flasche. Was natürlich hier 20 Prozent günstig ist. Alles andere, was wir heute vorgestellt haben, haben aus Amerika. Und ja. Ja, ne? Ja. Und deshalb ist es, die unabhängige Abfühle haben nur noch darauf zugriff und bald ist alles auch noch weg. Ja. Mich haben sie auch ausgetrickst. Denn ich fand das auch interessant mit 13 Jahren und 67 Prozent Alkohol. Also ich bin, ich bin auch in die Falle gegangen. Aber ich bleib dabei. Ich würd den gern mal irgendwann probieren. Und äh, es klang natürlich ein bisschen nach Resteverwertung, was du grad so beschrieben hast. Oder ist besser gesagt, die Lagerhäuser sind leer. Ja. Und da gibt's nichts anderes da. Und dann kaufen sie es jetzt. Vorher wurde kein, ich sag mal, kein namenhafter Mensch, das soll gekauft. Kaufen. Aber bevor man gar nichts hat, dann kommt man auch das noch. Ja. 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 So. Also wir sind jetzt hier am Ende von unseren Themen jetzt hier. Wir haben fast genauso viel über die New Releases in America gesprochen, wie auch unsere New Releases hier in Deutschland. Aber das darf auch mal so sein. Dafür haben wir keine neuen Nachrichten aus den USA dieses Mal. Schauen wir mal, was ihr wollt. Wollt ihr mehr an Neuigkeiten aus den USA hören oder mehr über die New Releases? Schickt uns einfach mal ein E-Mail denn dort, wenn ihr wollt. Jetzt hier bourbonnewsdeutschland.gmail.com. Das würde uns interessieren. Oder auch jetzt hier bei Virtual Podcast Anbieter ihr hört. Ob bei Spotify oder dann bei Apple Play oder bei Google Podcast. Wo auch immer das hört, könnt ihr es gerne auch ein bisschen Kommentar lassen. Und vielleicht auch ein Review, wenn ihr wollt. Genau. Wir würden uns sehr freuen. Super. Wollen wir ein bisschen spoilern wegen Februar? Ich denke schon. Ja, ich hatte da den Gedanken. Ich weiß ja noch gar nicht, ob du damit einverstanden bist, Jason. Wir haben ja noch gar nicht drüber geredet, aber... Doch, wir können in diese Richtung gehen. Die Frage ist nur, wie... Ich finde es einfach wichtig, wir werden einmal über amerikanische Whisky, was nicht Bourbon ist, reden. Genau. Ja. Nicht... Amerikanischer nicht Bourbon Whisky. Also zum Beispiel Rye, Corn, Weed Whisky, American Blended Whisky. Gruselig. Manchmal. Oder Light Whisky. Vielleicht auch gruselig. Ja, Light Whisky. Das alles hat natürlich teilweise auch seine eigenen Regeln. Die sind manchmal nicht so streng wie bei Bourbon, aber dennoch gibt es Regeln und Richtlinien. Und das ist natürlich insgesamt auch ein sehr interessantes Themenfeld, über das wir dann im Februar sprechen werden. Ja, finde ich auch gut. Da freue ich mich, weil wir machen immer einfach mal eine Brennerei, ein Thema, eine Brennerei und so weiter und so weiter. Und dieses gehen wir einfach so vorwärts. Genau. Und ich freue mich gemeinsam mit euch, unsere Zuhörer, und auch mit dir, Kai, gemeinsam, dass wir denn dazu machen. Ich auch. Dann laden wir hier und ich sage einfach vielen Dank für das Zuhören, vielen Dank auch für unsere Zusammenarbeit denn da und ich hoffe, dass wir uns nicht immer verleiten lassen, minderwertige Produkte zu einem zu hohen Preis zu kaufen. Auch wenn es besonders um USA Whisky so geht. Ohne irgendwelche Namen jetzt am Ende zu nennen. Aber das ist einfach mein Wunsch für uns allen. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Das hoffe ich auch, aber man kann nicht immer stark sein. Ja, ich bin auch manchmal ein bisschen schwach. Klick, Klick, Klick ist ein bisschen zu schnell manchmal. Genau. Ja. Kennen viele von den Zuhörern wahrscheinlich auch. Alles Gute euch. Vielen Dank, dass du gehört hast. Bis dahin. Ciao. Wir hören uns im Februar. Bye von Kai. Bye von Jason. Bye. 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 Bye.